Herzlich willkommen hier in der Grimm-Welt Kassel. Das ist mein Lieblingsort in Hessen. Hier gibt es alles über die ungewöhnlichen Brüder Grimm zu erfahren und natürlich eine ungewöhnliche Architektur. Wusstest du vielleicht schon, dass die Brüder Grimm über 30.000 Briefe Zeit ihres Lebens geschrieben haben oder die berühmtesten Netzwerke ihrer Zeit waren? Hier ist der wissenschaftliche Teil der Grimm-Welt. Hier findest du natürlich auch die Handexemplare der Kinder und Hausmärchen. Hier haben sie alle ihre handschriftlichen Notizen eingetragen. Aber natürlich, die Brüder Grimm sind berühmt geworden über ihre Märchen und deshalb gibt es hier auch eine kleine, wunderbare spielerische Erlebniswelt über die Märchen. Nach ihrem Rauswurf als Revolutionäre in Göttingen haben die Brüder Grimm hier in Kassel das deutsche Wörterbuch begonnen. Hier gibt es übrigens in der Grimm-Welt eine wunderbare Installation von Ecke Bonk aus der Documenta. Da kann man alle Wörter nacheinander sich anschauen den ganzen Tag. Und wann besuchst du meinen Lieblingsort in Hessen?